Hallo meine Freunde des gepflegten Space und Herzlich Willkommen zu Let Us Play Request, Moment. Bisschen den Sound unterstellen. Der hat mich grad weggeratzt. Boah ich hasse diese Leiter. So auf Problem mit der. Der ist jetzt keiner von uns. Kann ich mich verarschen. Warum hab ich den denn grad nicht getroffen? Ähm ja. Kacke mit einer Sniper muss ich mich hier konzentrieren. Ähm ich hab ne neue Waffe wie man schwer erkennen kann. Und zwar eine Sniper. Ja komm zoom doch. Hä warum treff ich ihn denn nicht? Ja geil er hat Rüstung die olle Pussy. Ähm und zwar ist es die Boah. Ich bin mir grad nicht sicher welches es ist. Komm schon zeig nochmal dein Köpfchen. Nur einmal. Weichei. Hmh andere ist nur Eifepunkt suchen. Weg. guerra. W- w- him- 心- fou- ja pack doch noch mehr rum ja das stimmt hier gut vor der kerl erledigt ihn halt mit der pistole von dahinten ich habe die schüsse nicht mal gesehen ja komplett ich riesbrei kommen raum 45 bitte nein ich bin hier natürlich bin ich und ich bin immer und hier bräuchte ich gerade echt meine br definitiv definitiv alter nein ich verziehe mit der waffe nicht getroffen ist richtig nervig ja der kommt doch gleich hier bestimmt irgendwo kommt er gleich geht doch also ich muss sagen mit der br4 bin ich besser aber ich spiele auch noch nicht so lange mit der sniper das habe ich den grad 10 35 kann hey dieser kerl gibt nicht ich mal oder ja ich glaube ich habe das richtig ist ein bisschen konstellationssache wenn man es aber spielt muss ich ehrlich zugeben diesmal mit sniper cool ja muss auch mal sein kann ich immer hier mit der br4 spielen werden wir noch eine leichte holen so ich habe das gesamte schlachtfeld habe ich habe vernebelt ja fuck lecker spiel bei mir minimal warum auch immer bei 4 rauchgranaten ey das gibt es doch gar nicht warum bist du grisbrei äh ich bin hier was sucht der denn btf btf beks Leck mich! War Schilling da? Keine Ahnung. Habe ich das geguckt? Glaube ich. Hab ihn ja in meiner Freundesliste und Co. Dann sehe ich, ob er online ist. Welche Seite kommt er? Ja geil, er zoomt schon wieder nicht ran. Das ist so ein Problem, das ich oftmals leider habe. Der Kerl da hinten regt mich auch auf. Mann, was ist das denn einfach eine Huren-Scheiße? Ja, werf eine Solar Flare hier rein. Rauch Granate! Rauch Granate! Rauch Granate! Rauch Granate! So, leck mich. Wenn du mich trollen willst, troll ich dich. Und das radikal. Geil. Mann, gib mir doch mal Gegner! geht doch aufs geländer und runterfallen so muss das respawn oh mein gott kriege gerade der aufs maul weil ich bin noch nicht gut gerade muss ich ehrlich zugeben ja war meine schon zu schön gewesen ich weiß noch nicht wohin die snap immer so um da ist es eigentlich genau in der mitte aber ich weiß immer nicht so ganz genau wo die mitte ist bei diesem monitor ja ich hab's gleich wie konnte das nicht getroffen sein ja ok so viel leben in der stunde wäre ich nicht weil ich auch sagen würdest mit der rüstung haben sie es nachher echt stark entschärft da kann ich noch so viel drehen und deichseln wie ich will ey wollt ihr mich verarschen das war getroffen hallo ey das ist was ist das denn für eine huren scheiße jetzt haben wir verloren ich habe hier bestimmt schon 3 oder 4 leute gekillt obwohl sie nicht gestorben sind so ungefähr 2 oder 3 mal hat er nicht herangesoomt was eine kacke hier kann ich nicht nachvollziehen sorry ich werde mir jetzt nochmal ein video angucken aber ich bin der monge ich habe die gerade alle getroffen ist nicht alle aber gerade da wo ich es gesagt habe reparieren 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 so die bohr habe ich hier 110 schaden 20 prozent rückstoß 10 prozent rückstoß aus sich keine ahnung ich weiß es nicht nicht wissen nicht tun bisschen zeit haben wir noch es lohnt sich aber eigentlich nicht um noch eine runde zu machen außer die runde ist schon recht fortgeschritten 12 von 16 VIP Lager ne ist das im deathmatch ja das könnte noch passen aber der raum ist voll the hills raum ist voll erwarten der raum status 1 von 1 score ist gibt's den flag ja dann können wir da noch ein paar flaggen holen gucken wie lange der raum noch geht noch 20 minuten okay das war der mir doch ein bisschen zu lang so ich habe der flag raum ist 10 von 12 also vervollste ich bin Playground läuft bereits barracks Playground läuft bereits 1 drop 2 zu wenig zu wenig 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 15 15 5 16 16 16 16 16 20 17 16 17 20 19 20 20 zwölf die map geht noch neun minuten als könnte knicken durch noch bittschatz Prozent gröntelten und er hat wieder nicht angekündigt holkommet bürger aber ich habe die übrigen und die kundin die kundin die kundin Ich bin der Fall! 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 Na, darf ich mich bekommen! Na, egal! Dann werde ich hier wohl einen Aufnahmestopp machen! Ach, für 3 Minuten, 2 Minuten kann man keine Map anfangen! Das ist kacki! Hm, Itemshop! Ich habe übrigens vor, kann ich euch das hier noch zeigen, unter Nahkampf will ich mir als nächstes hier einen der Leuchtstäbe holen. Warum den Hammer nicht? Einerseits, weil ich finde, der sieht richtig scheiße aus. Andererseits, weil die netten Dinger mehr Speed haben und mehr Mobilität. Dafür kleine sind halt, mit dem Hammer kann man sich teilweise verraten, weil der echt weit raushängt mit den Leuchtstäben nicht so wirklich. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich die Rauchstäbe äh, Rauchstäbe... Leuchtstäbe holen sind auch nicht so teuer. 8,7 für permanent, das geht eigentlich. Das könnte ich heute noch schaffen, je nachdem wie viel ich noch zocke. Eigentlich habe ich noch viel zu tun. Ich muss auch Kings of Ameloo ein bisschen aufnehmen. Ich muss noch ein paar Thumbnails machen, bei alle 419 Stück werde ich heute nicht machen. Für den Wildbox habe ich ja schon alle. Ähm, naja. Aber Kings of Ameloo wird noch viel, Terraria wird viel, Minecraft wird viel. Es wird allgemein sehr viel und naja, mal sehen wie lange es dauern wird, dass ich da alle habe. Es wird noch bestimmt Ende nächste Woche oder so dauern. Also es wird noch viel Arbeit für mich werden. Naja, hier macht ein Aufnahmestopp. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Let's play Brickforce. Bis dann verabschiede ich mich rechtzeitig von euch. bei euer Griespray.